Stadtwandeln Worms Emotion E-Bike Welt Worms Mit dem Ziel, das Auto vor allem auf Pendelstrecken zu ersetzen, wurde 2013 die Emotion E-Bike Welt in Worms gegründet. In den Geschäftsräumen, die im Jahr 2022 von der Hagenstraße in den Speyerer Schlag gezogen sind, werden ausschließlich E-Bikes als Transport- und Verkehrsmittel angeboten. Als Teil eines deutschlandweiten Franchise-Systems ist das Geschäft dennoch unternehmergeführt und unabhängig. Emotion Emotion bietet eine Kaufberatung nur nach Termin an. So wird gewährleistet, dass das perfekte Fahrrad gefunden werden kann und die Mitarbeitenden einem die volle Aufmerksamkeit schenken können. Neben einer Bedarfsanalyse und einer Probefahrt wird dabei auch auf das richtige Sitzen geachtet und die Ergonomie vermessen. Denn Fahrradfahren muss nicht wehtun. Um die Kundinnen und Kunden auch nach dem Kauf bestmöglich zu begleiten, werden nur Fahrräder ins Sortiment aufgenommen, die den besten Service der Hersteller anbieten. Zudem unterhält der Laden eine eigene Werkstatt mit sechs Mitarbeitenden, um während der Nutzung als Ansprechpartner zur Seite zu stehen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Auch immer beliebter werden die Lastenfahrräder. Zwar ist häufig die Infrastruktur noch nicht vorhanden, aber die Cargo-Bikes können das Auto, speziell ein Kombi, auch bei Transportfahrten ersetzen. Denn der Kofferraum ist immer dabei. Ein ganz besonderes Angebot des Geschäfts sind die Dreiräder für ein oder zwei Personen. Diese ermöglichen mobilitätseingeschränkten Personen durch die Unterstützung des Elektromotors die eigenständige Teilhabe am Verkehr. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF,